Wir sind hier auf der TN-Tour in Köln. Ja, Bakushin! Ich wollte hier einfach nur für die Kamera mal abgeben, ich brauch ein paar Klicks! Meg Lee, mein Bruder, bester Beatmaker aus der Schweiz, auch heute zwischen uns. Grüße gehen raus nach Teufeln und Sandgallen. Gesundheit, mein Bruder! Können wir ein Foto machen? Warum macht keiner ein Foto mit mir? Ist heute auch mit am Start. Dein Bruder Kamelran ist natürlich auch am Start. Gib mir den Block den 6. Und 1 und 2. Und noch mal. Abtauschen. So, in wenigen Minuten geht's los. Geht der Auftritt von Schofi 7-1 los. THHHHH!!!! Naja, möglich zwei mal am Cinha don. Geht der Müller stets umm! Auch mal mein Leben ist nix. Die Träger will mit des fremischen Leben du entsdelst ist Du machst auf myślen auf was auf der hackung wird. Versti bei false ich, SANWGEN crew spring!! Lassart die Bische öpp mos기 läuft, wenn wir Dit sen anst χ ま Takut Wir machen jetzt ein paar Fotos auf der Tour, um sympathisch zu wirken. Das ist gut, ehrlich. Warum ein Tor in den Blitz ganz schnell noch, Chirurg? Ja. Das geht so nicht. Ja klar, geht alles. Kursspringer, einer der besten produzierten Deutschlands. Mit dem Code Kurspringer 420 kriegst du 10%. Dann lieber Freebeats auf YouTube. Ich krieg nicht mal Kippen gezogen, Alter. So besoffen bin ich schon. Komm noch näher mit Kameran. Ja, auf damit. Wir sind hier am TN Stand, wo unser Bruder Luis steht. Der verteilt hier die T-Shirts, komm mal ran hier. Cameleon, Cushinho, TN. Alles was das Herz begehrt. Erhofft euch die Merks. Lasst die 20€ da, hört auf zu geiern. Genau so. Schweitertag. Krass, krass, krass. Ne, das ist nicht einfach, ne? Ich bin der Artyon heute. Der Ansprechpartner. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wie geht's dir? Alles gut, Bruder. Wie geht's dir? Alles klar, mein Bruder? Ich fahre mal in die Lücke, was zu trinken. Was möchtest du denn haben? Nur eine Cola. Ja. Wo schon. Ja. Ja, aber das kann. Die Aussehen kennen wir. Ich und du. Ich soll gerade reinsteigen. Ich und du sind wie Cola und Pepsi. Das wäre so wie Coca und Pepsin. Nein, das wäre so wie Schafe und Schreckschuss. Mir verleiht Hasen mehr Flügel als Red Bull. Ich und du sind wie Cola und Pepsi. Das wäre so wie Coca und Pepsin. Jetzt muss der Prozirat. Yeah, yeah, yeah. Was für Arbeiten? Nee, wie bist du fit? Man kriegt den mit Köpfen. Du spielst nur Köpfen. Man macht sofort, aber was soll denn Tätowbring? Es hält uns über Wasser wie ein Rettungsbring. Geh mir den Pick, du sagst. Ich baue wieder ein Schuss, das hoch im Himmel schriegt. Ja, war das Wasser jetzt schon mit Soulchick einmal gerappt und dann fertig? Ja, 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 ja. Vor dem Auftritt müssen wir uns vorbereiten und wir muskulöser aussehen und die feminine Gesellschaft heute abschleppen können. Gibt ihm einen Blowjob, er hat es verdient. Er ist mein Kameramann. Gleich geht es los. TN Düsseldorf. Seht euch warm an. Oder wo auch immer es sind. Sprachenlernen Bubble. TN Düsseldorf. 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 Dritter Tag Moin Mittag Mahlzeit, was geht ab Freunde? Heute nehme ich euch mit ins Studio Ich werde zu Gast sein in Neuss bei Zetix Der Bruder würde gerne einen Trick mit mir aufnehmen Da sage ich natürlich nicht nein Jetzt warten wir erstmal auf Pollard Und dann geht die Reise nach Neuss los Alles klar? Was geht? Hey Alles klar? Ja sicher Was ist der nächste Block? Ja sicher Geht's meine Freunde? Und anders geht's hier Danke schön Alles klar? Danke für mein Guteil bei dir Hey für meinen neuen Blog Und ich habe mir gedacht ich nehme die Zuschauer mal mit Okay das geht ab Sind wir heute mal zu Gast bei dir? Normal Was geht eigentlich ab? Heute Ich mache ein Song einfach Du bist der? Ich bin der Favela Produzent hier für mein Brü Brü Voll süß ne? Ja Du bist Beat Produzent oder was? Ich bin der Favela Produzent oder was? Ich bin der Favela da der Beschuldigten beruht auf den Erkenntnissen welche die Auswertung des Mobiltelefons des Zeugen erbrachte auf dem Mobiltelefon des Zeugen Und deswegen fand sich ein Whatsapp Chat verloren mit einer Person namens Ibu mit 5 Ohr Amunakodomun Mit Giese Tipps Scheiß Ding Bruder machst du uns zwei Familienpizzen Welche Familienpizzen Bruder? Ja Bruder Und nur blau scharf ne alles Bei der zweiten Familienpizza machst du Oh boah boah mit Peperoni und Schafskäse Bruder Und Sujuk so auf der einen Hälfte Und auf der anderen Hälfte Hähnchen, Brust und Spinat Hollandaise Hollandaise Peperoni mit Schafskäse und Sujuk Ache Bruder glaub mir der wird in unser Essen spucken Aber egal nächstes Leben der wird sehen So das wars Bruder Andere Pizza war Hähnchen, Brust, Brokkoli und Hollandaise Alle Knoblauch scharf Alle Knoblauch scharf Übertreib richtig mit scharf Nein nein mach bisschen scharf Achso ok Bisschen scharf Ok mach so bisschen scharf Hier das ist mein Rundzimmer Jungs Sehr aufgeräumt heute Boah Ich dachte der hätte mich geschnitten Boah ich dachte der hätte die Vierheckes gemacht Warum hat der die Vierheckes nicht gemacht? Ich glaube es sieht gut aus Harte Jungs Alter mein Bruder Pass auf Schöpfung Dankeschön für alles ich fühlst dein Herz Bleib stabil Kommen? Kommen wir noch ein mal auf einem script Boah oi Bisschen! Hintmen viel も 搭 Hintmen sein Und Nicht Öyle alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020